Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, es könnte dir heute schwer fallen, dein Bett zu verlassen, denn du hast das starke Bedürfnis, dich von der Welt zu erholen. Zum Glück unterstützen die kosmischen Aspekte dein Bedürfnis nach Ruhe und Verjüngung. Du kannst heute ohne schlechtes Gewissen deinem Faulheitsdrang nachgeben, denn die himmlischen Einflüsse werden dich wahrscheinlich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Nimm dir eine wohlverdiente Auszeit, um dich zu entspannen oder Aufgaben rund um dein Zuhause zu erledigen. Vielleicht möchtest du sogar dein Bett machen, um einen kleinen Schritt zur Ordnung in deinem Leben zu machen. Auch wenn die Struktur von Spiel und Arbeit für dich im Kindergarten minutiös organisiert wurde, ist es wichtig, dass du dir das Gefühl eingestehst, außer Kontrolle zu sein. Diese Anerkennung macht deine Gefühle nicht klein, sondern erinnert dich an den Wert von Struktur. Die aktuelle Planetenkonstellation bietet dir die Möglichkeit, die notwendigen Grenzen zu setzen, die dein allgemeines Wohlbefinden fördern. Denke daran, dass eine effektive Struktur flexibel und dennoch robust sein sollte. Lass dich darauf ein, Strukturen in dein tägliches Leben zu integrieren und schätze ihre Rolle bei der Erhaltung deiner Gesundheit. Mit einem klaren Verstand bist du in der Lage, wichtige Erkenntnisse über deine Karriere zu gewinnen. Du stehst am Anfang und das ist ein guter Zeitpunkt, um die Verwirrung zu beseitigen, die deinen Weg vernebelt haben könnte. Erkenne deine wahren beruflichen Ziele und setze einen Kurs, um sie zu erreichen. In der Liebe hast du es oft mit einer Reihe von Eroberungen zu tun, aber es fällt dir schwer, den einen Menschen zu finden, bei dem du dich wirklich zu Hause fühlst. Diese Herausforderung ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass du ständig in Bewegung bist. Doch die Energie des Tages bringt einen Hoffnungsschimmer. Es ist wichtig, dass du dir mindestens eine halbe Stunde Zeit nimmst, um still zu sein und zuzuhören. Vielleicht entdeckst du dabei die Verbindung, nach der du schon lange suchst. Die Ausrichtung der Sterne begünstigt dein Liebesleben. Egal, ob du gerade in einer Beziehung bist oder darauf wartest, dass jemand Besonderes kommt, das Universum hat aufregende Pläne für dein Herz. Wenn du bereits in einer Partnerschaft bist, kannst du dich auf ein Wiederaufleben der Leidenschaft und Verbundenheit mit deiner Partnerin oder deinem Partner freuen. Eure Liebe wird sich vertiefen und neue Wege zur Stärkung eurer emotionalen Bindung werden sich auftun. Wenn du Single bist, bereite dich darauf vor, jemandem zu begegnen, der einen romantischen Funken in deinem Leben entfachen könnte. Halte dein Herz und deinen Geist offen, denn die Liebe kann dich überraschen, wenn du es am wenigsten erwartest. Vertraue auf die kosmischen Kräfte, die deine romantische Reise leiten, und lass dich von deinem Herzen leiten. In der Astrologie befindet sich Merkur derzeit in der Jungfrau und bildet ein harmonisches Treigen mit Jupiter, der rückläufig im Stier steht. Diese himmlische Konstellation ermutigt dich, deinen intellektuellen Horizont zu erweitern und dich auf bereichernde Diskussionen mit anderen einzulassen. Intellektuelle Debatten sind nicht nur ermutigend, sondern auch sehr lohnend, denn sie bieten eine Plattform, um verschiedene Philosophien und Standpunkte zu erkunden. Nimm diesen Tag als Gelegenheit wahr, dein Wissen zu erweitern, denn es ist der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und einem tieferen Verständnis der Welt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, Wassermann, heute dein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung stillen solltest und darauf vertraust, dass das Universum dein Streben nach Verjüngung unterstützt. Struktur spielt eine entscheidende Rolle für dein Wohlbefinden, also lass dich darauf ein, flexible, aber robuste Grenzen in dein Leben zu integrieren. Verschaffe dir Klarheit über deine beruflichen Ziele und unternimm entscheidende Schritte, um sie zu erreichen. In Sachen Liebe solltest du Momente der Stille und Empfänglichkeit finden, denn sie können dich zu der Verbindung führen, die du dir wünschst. Die Liebe steht vor der Tür, egal ob du bereits in einer Beziehung bist oder eine neue suchst, also sei offen für ihre Ankunft. Und schließlich solltest du dich intellektuell betätigen, um deinen Horizont zu erweitern und dein Verständnis für die Welt zu vertiefen, indem du deine Neugierde in dein persönliches Wachstum einfließen lässt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Eremit steht für Selbstbeobachtung, Einsamkeit und die Suche nach innerer Weisheit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht zu introspektiven und einsamen Aktivitäten hingezogen fühlst. Sie steht für eine Zeit der Selbstreflexion und den Wunsch, Antworten von innen zu suchen. Der Eremit ermutigt dich, dir Zeit für Einsamkeit und innere Einkehr zu nehmen. Er erinnert dich daran, dass du Klarheit und innere Führung finden kannst, wenn du tief in deine eigenen Gedanken und Gefühle eindringst. Neben dem Eremiten haben wir die Sieben der Kelche. Diese Karte steht für Entscheidungen, Fantasien und Illusionen. Sie steht für eine Zeit, in der du viele Möglichkeiten hast und dir verschiedene Entscheidungen und Träume präsentiert werden. Die Sieben der Kelche fordert dich auf, die vor dir liegenden Möglichkeiten aufmerksam wahrzunehmen und zwischen dem, was realistisch ist, und dem, was illusorisch sein könnte, zu unterscheiden. Sie erinnert dich daran, dass nicht alle Möglichkeiten so sind, wie sie erscheinen, und dass du Klarheit brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Als letztes haben wir die Zwei der Schwerter. Diese Karte steht für eine Entscheidung, die Ausgewogenheit und sorgfältige Überlegung erfordert. Sie steht für eine Zeit, in der du an einem Scheideweg stehst und eine Entscheidung treffen musst. Die Zwei der Schwerter ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und ein Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Wünschen oder Standpunkten zu finden. Sie erinnert dich daran, dass du Entscheidungen manchmal am besten triffst, wenn du nach innerer Harmonie suchst. Der Eremit, die Sieben der Kelche und die Zwei der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus Selbstbeobachtung, Wahlmöglichkeiten und dem Bedürfnis nach Klarheit bei der Entscheidungsfindung. Nimm dir heute die Energie des Eremiten zu Herzen, indem du dir Zeit für Selbstbeobachtung nimmst und nach Antworten aus deinem Inneren suchst. Nutze die Einsamkeit als Mittel, um Klarheit über deine Gedanken und Gefühle zu gewinnen. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sieben der Kelche, indem du dir die Entscheidungen, die vor dir liegen, genau überlegst. Wähle deine Optionen mit Bedacht aus und vermeide es, dich in unrealistischen Fantasien oder Illusionen zu verlieren. Kanaliere die Energie der Zwei der Schwerter, indem du deine Entscheidungen sorgfältig abwägst und ein Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Wünschen findest. Strebe nach innerer Harmonie, während du die anstehenden Entscheidungen triffst. Diese Deutung steht für einen Tag der Selbstbeobachtung, der Unterscheidung und des Bedürfnisses nach Klarheit bei Entscheidungen. Nimm die Energie des Eremiten an, indem du nach innerer Weisheit suchst. Lass dich von der Sieben der Kelche leiten, wenn du Entscheidungen triffst, die mit der Realität übereinstimmen. Nutze schließlich die Weisheit der Zwei der Schwerter, um deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen und einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Denke daran, dass Klarheit und innere Harmonie wichtig sind, wenn du die vor dir liegenden Entscheidungen triffst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit Selbstbewusstsein, Unterscheidungsvermögen und einer ausgewogenen Perspektive in deinem Entscheidungsprozess bewältigen. Untertitelung des ZDF, 2020